Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft, mit mir TollwollP, TheShockLP und MaviLP. Hallo Leute, alle vereint. Ja, ihr seht jetzt hier... Und alle am Aufnehmen. Genau, je nachdem bei wem ihr guckt, seht ihr jetzt hier entweder meine oder Marks Sicht. Und ja, an sich, was erwarten wir uns von diesem Projekt? Wir werden lange spielen, viel spielen. Mal gucken, was wir so alles machen, was für Updates wir so alles miterleben. Alter, das leckt, ne? 15 Frames, das ist nicht schön. Nö, 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 gar nicht. Du vielleicht, weil du Host bist, aber andere... Ich bin nicht Host, du Idiot. Ja, ich meine, ja Tollwoll. Hat ja auch mit mir geredet, ja. Ähm, also ich hab hier das Texture Pack, äh, MKBasic. Ach, mein Texture Pack sollte ich noch ändern, ne? 1, 3, 2 geupdatet, das weiß ich nicht. Warte mal kurz, warte mal kurz, Options, äh... Ne, nicht Language. Was haben wir denn hier? Geht das nicht hier darüber? PvP ist an, aber das wollte ich schon mal kurz zeigen. Texture Packs. Zeig dir auch mal was, meine Faust zeig ich dir. Oh nein, bitte nicht, die ist voll ekelhaft. Die wäschst du nie. Warte mal kurz auf mich. Wohin gehen wir? Keine Ahnung, ich geh mal hier kurz so alles einsammeln, was es so gibt. Oh, das werden wir jetzt noch weniger, alter. Nein, wo seid ihr denn jetzt hin? Hey! Meins. Was? Ne, meins. Äh, wir sammeln gerade so Zuckerrohr und so. Mark, rechts. Ah. Ja, ich weiß nicht, hier ist aber einmal Wüste gewesen, keine Ahnung. Ja, ich würd gerne irgendwie hier lang gehen im Wald, weil Wüste ist so leer. Ah, okay, dann ich übrigens mal ein Kaktus mit hier, äh, da muss schon auch mal sein, ja? Wir könnten irgendwann mal in die Wüste gehen, um einen Wüsten-Tempel zu suchen, gibt's ja alles jetzt. Wüsten-Tempel? Wüsten-Tempel, ja, ja, die sind ja neu. Was macht man da so? Sammeln. Die kenn ich auch noch nicht, was gibt's denn da so? Sachen. Ja, genau, du bist mal hier unser, du bist mal hier so unser Lumberjack, unser, unser Typ, der so ein bisschen Holz für uns hier ernten geht. Holz hacken. Ja, Junge, bleib doch mal stehen, wieso ist dieses Huhn so schnell, Alter? Ich glaub, die geben, ich glaub, die geben immer extra Gas, kurz bevor sie tot sind, damit sie nicht sterben. Nicht mit mir. Was wirst du denn tun, wenn du ein Huhn wärst? Hm. Ebenländisch stehen bleiben wir, oder was? Ich wollt, ich wär, ein Huhn, ich hätt nicht viel, ah, nein, okay. Ich hätt nicht viel zu tun, ähm, ähm, Content-Rechte. Ja. Ja, ja. Ja, dann kennt der Alex sich aus, der klaut keine Sachen von einem YouTuber. Ja, ja. Und wenn er da immer fremde Videos hochlädt und dann so tut, als wäre es sein eigenes Zeug, das ist immer so witzig. In Wirklichkeit tausend ich das alles. Ja, genau, wir spielen das und, äh, nehmen aber nur das Gameplay auf ohne unsere Stimme und er, äh, kommentiert das dann halt und tut so, als hätte er irgendwas gemacht. Genau, ich, 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 nehme die Folgen von Pizmi, äh, ich meine natürlich von einem bekannten Let's Player immer auf und, äh, editier sie dann so und sag so, das bin ich und mach so, äh, morphe, morphe dann die Stimme immer auf. Dafür ist die Qualität aber ganz schön schlecht bei dir. Qualität ist nur hochauflösend. Nicht nur die Qualität, sondern auch Stimme und Rest. Mhm. Nicht nur die Qualität, auch Stimme und Rest. Äh, Leute. Ja? Wüstentempel? Wo? Weiß ich nicht, habt ihr, ihr habt doch gesagt, es gibt Wüstentempel jetzt neuerdings und das hier sieht zumindest wie ein Brunnen aus, aber es könnte auch ein Tempel sein, wenn ihr das Tempel nennt. Brunnen oder Tempel, das ist die Frage. Ja, keine Ahnung. Gibt es nach Brunnen aus oder nach Tempel? Brunnen. Dann ist es ein Brunnen. Ja, aber ihr habt nicht gesagt, dass es Wüstenbrunnen und Tempel gibt. Ich dachte, es gibt nur... Brunnen gibt es schon länger als die Tempel. Ja, aber das kenn ich ja nicht. Was macht Brunnen hier so? Bei Brunnen kann man Wasser auffüllen. Also außer, dass es hier Wasser gibt, was gibt es hier noch so? Wasser. Aber mehr gibt es hier wirklich nicht. Geile Sache. Vor allem der Brunnen steht in nem kleinen See. Das ist sehr sinnvoll. Sehr hilfreich vor allem, ja. Okay, Leute, ich hab vier Hühnerfleisch schon mal gesammelt. Wie viel Holz hast du denn? Du baust doch schon mal ne kleine Hütte vielleicht. Und Alex, was machst du eigentlich gerade? Was aufstellen und schon mal so Sachen. War mal an die Hüste dran, am Rand des Waldes. Äh, ja, ich guck mal hier so ein bisschen. Ich hab jetzt hier nämlich Optifine installiert und den Umhang-Mod. Ja, das muss ich ja nochmal zeigen hier. Der Marker ist nämlich hier so ein geilen Umhang. Dieses geile Cape, was man hier sieht. Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Das bewegt sich auch so ein bisschen, wenn er läuft. Das ist ganz, ganz toll hier. Ja, für meine Zuschauer. Dieses geile Ding. Das Ding hier. Was ich auch in den ganzen Adventure Maps anhab. Das ist auf jeden Fall super toll. Wow, awesome. Ja. Oh, ich hab schon drei, äh, drei Essen verloren. Ich verstehe nicht, mal geht das richtig schnell und dann wieder richtig langsam. Da hinten ist ein Hundi. Äh, du hast aber keine Knochen, oder? Oder willst du ihn jetzt töten? Alter, der Hund springt genau dahin, wo ich graben will. Ja, töte ihn doch. Ja. Mach ich auch. Dann tötet er dich. Und dann spawnst du neu. Möchte ich ja nicht. Das ist, finde ich, krank. Der Hund guckt mich an. Ja, ich hole mir da hinten jetzt mal so ein paar so Pilze. Ich hab da hinten Pilze gesehen. Jetzt guckt er Alex an. Und jetzt portelt er sich zu mir und guckt mich an. Das ist ein Porterhund. So, Porterhund. Nein, aha. Achso, es ist das gleiche, die sehen nur anders aus. Cool. Ähm, ich hab ja auf jeden Fall schon mal unseren ersten, ersten Spalt hier in der Welt gefunden. Spalt? Wo sie ganzen Bäume hier wegreißen. Ja, wie nennt man das denn sonst? So ne, so ne Felsspalte. Schlucht, ja. Krass. Hab ich auf jeden Fall gefunden. Felsspalte? Ja. Ja, cool. Hab ich auf jeden Fall gefunden. Naja, jetzt hab ich hier auch so einen geilen Wolf. Das sind Wölfe, keine Hunde, oder? Oh, wie hoch ist die wahrscheinlich, dass ich das überlebe, wenn ich da runter springe? Alter, du hast World Ediles wieder drin. Nein, niemals. Mach das mal raus. Warum? Weil ich wieder nichts mit der Axt abbauen kann. Das ist doch scheiße. Ja komm, ne Holzachst. Ja, ganz ehrlich. Wer macht's denn auch ne Holzachst? Ich. Holt doch mal Stein oder so. Holt doch mal Stein. Ja. Ja, ehrlich. Mama holt sich Stein. Ja, natürlich Stein. Stein ist das beste Material der Welt. Besser als Diamanten. Viel besser. Kohle, hab ich gehört. Wow. Kannst du schon abbauen? Ja. Wow, du bist ja ganz schön krass. Man bekommt ja jetzt auch schon neuerweise EP für abbauen. Diamanten. Diamanten? Ja, ha ha. Ja, ha ha. Ja. Wie sie alle still sind. Wie sie alle still sind. Ich suche euch gerade, deswegen. Ja. Ich hab Alex da hinten gesehen. Ja, ja, ja. Hab dich gesehen. Ach, da bist du, Marc. Hier, ja. Hab jetzt hier schon mal ein paar Sachen, ne? Ach, ne Wundenex hast du weggeworfen. Die hab ich aufgesammelt. Was denn? Ach. Alter. Ey, ist okay. Es war ein Ei. Ja, komm. Das war ein Lebensmittel. Ja, das war eine Spitzhacke. Ich hab ein Steinschwert. Ich hab ein Steinschwert. So. Was ich jetzt bräuchte, wäre ein Ofen. Und Kohle. Kannst du gerne haben. Darf ich, hab ich alles. Krieg ich ein bisschen so Steinwerkzeuge vielleicht? Die kann ich haben 30 Frames. Yay. Jawoll. Jetzt kriegst du noch Werkzeuge. Hast du Kohle schon rein? Ich hab ich 30 Frames. Äh, nein. Mach mal Kohle rein. Gleich. Ich mach gleich Kohle rein. Ich mach mal ein bisschen meinen Computer demnächst auch freuen. Oh ja, mach das mal. Da freuen sich alle Leute, die auf deinem Kanal Videos gucken. Ja. Das sollen sie auch. Es muss kriegen sein so ins Gesicht. Wenn sie sich nicht freuen. Ja. Du hast dich nicht genug gefreut. Dich bring ich um. Daumen hoch, abonnieren, wenn's euch gefallen hat. Favorisieren bitte auch noch. Ja. So, und ich jetzt mal... Oh, guck mal wie geil der Sonnenuntergang ist. Wie ist die hier schön leuchtet? Äh, Sonnenuntergang. Scheiße, ne, Monster. Ich bring mein Schwert. Ist überhaupt äh, Monster an? Joa, bestimmt. Ja, wir verlieren Essen. Monster sind an. Wir verlieren Essen. Monster sind an. Das ist schon mal ein sehr guter Grund. Ja, das kannst du... Ja, stimmt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Monster aus und auch... Eben. Ja gut, ich mein, jetzt würden wir dann gegebenenfalls nochmal nachgucken, aber ich denke mal, die werden schon spawnen, oder? Ab wann spawnen denn? Ob welche Helligkeit oder Dunkelheit? Wenn die... Ja, dann, wenn die Sonne weg ist halt. Ja, aber noch ist sie da. Alter, geht das schnell. Schon ist sie nicht mehr da. Und ist sie nicht mehr da. Sonne halt, ne? Ich freue mich eigentlich schon richtig auf das LP. Oh ja. Und ehrlich. Ja, es hat ja auch Ventus LP. Es hat sie... Ah ja, das hier. Das hier. Ja, das hat auch noch nicht begonnen. Ich freue mich auf, wenn ich aufnehme. Minecraft seit Monaten nicht mehr gespielt. Da sind weiß ich nicht, wie viele Updates. Die habe ich zwar alle mal angespielt, aber irgendwie auch nie wirklich mitgespielt. Da ist sie da unten Lava. Und sind Gegner... Alter! Was denn? Ja, Creeper. Das Ding kam aus dem Wald raus. Na also, sind doch eure heißgeliebten Gegner an. Ach, komm jetzt hier, was will ich mit Schneebellen? Ich brauche Blöcke. Ich war in der Höhle. Schneebellen? Bist du behindert? Wo bist du? Ja, ich bin hier... Leute, lauft mal durch die Wüste durch. Oh ja, ich sehe da hinten zwei Creeper stehen. Boah, Alter, hat der mich erschrocken, der fucking Creeper. Ich habe hier nämlich irgendwo Eisen gerade gesichtet. Oh ja, gar keine Gegner hier oder so. Ich habe hier nämlich schon Eisen gesichtet und ich will das mal abbauen. Wieso kann ich das nicht machen? Ja, obendrauf geht, ne? Leute, was habt ihr alle für Probleme gerade? Ja, ich habe irgendwie Stress... Zwei Creeper, ja genau! Der Block war also Eisen, okay. Oh, ne Höhle, schön. Ja. Alter, komm, hau ab! Dann explodiert wenigstens hier drin. Hui. Ja, genau, am Arsch! Hau ab! Ja, genau, am Arsch! Seit wann springen die denn auch im Wasser Sachen in die Luft? Jetzt hat er... Keine Ahnung. Haben sie bestimmt schon immer gemacht. Dann ist nicht okay, ja? Ja, also das muss man auf jeden Fall hier mal nachpatchen, ja. Vor allem bei Buggywasser, ja. Buggywasser? Aber Erfahrung habe ich bekommen. Buggywasser. Weißt du, was genau? Da ist Wasser, was rumbackt. Um dieser Wasser rumbacken zu müssen. Ähm, ich glaube, mich hat ein Gegner gesehen. Eine Spinne umgenau... Oh ja, ein Skelett spawnt direkt vor meiner Nase, da wo das ganze Eisen ist, ne? Sicherlich. Wow, Alter, geht's da runter. Ich bin eigentlich da nicht ohne euch runter. Verdammt. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal genug Sachen für eine Pilzsuppe. Juhu. Du seid eigentlich. Ich bin in einer Höhle. Ich bin in dieser Felsspalte da. Super. Das ist geil, ne? Ja, sag doch mal Bescheid, wenn ihr irgendwo weggeht. Achso, ja. Ich bin ja die ganze Zeit schon am rumlaufen. Mich hat ja keiner gefragt. Hier ist richtig viel Eisen. Ich habe schon elf Eisen. Und ich glaube, da kommt gleich Lava raus, wenn ich da hingehe. Äh, wenn ich da abbaue. Und deswegen muss ich mir einmal einen Fluchtweg offen lassen. Wolle. Geil, da ist ja gar nichts. Wolle machen. Na komm. Zack. Und jetzt schön weg hier. Die Meer, hier gerade mal ein bisschen Erde, dann kann ich gleich ein bisschen mehr Grundstück bauen. Tu das, was für ein Grundstück? Ja, unser Grundstück halt. Ja, ja, aber was wird denn das so für ein Grundstück? Keine Ahnung. Ich denke, ein normales Haus oder so. Eine kleine Hütte. Okay, ich habe es ganz gerne, wenn die so am Anfang so in einem Berg drin sind zum Beispiel. Könnte man auch machen. In einem Berg? Ja. So in einem Bergeingang quasi. Na komm, lass mich mal hier durch. Das Wasser ist... Das Wasser... Ich hasse diese Wasserströmung. Das ist echt ein bisschen... Das ist jetzt gerade voll hierhin gebackt. Was? Geh weg! Uiho. Ha, habe ich die aber richtig schnell getötet, die scheiß Spinne. Und sie hat sogar Seidenfaden gedroppt. Oh ja, klar, Junge. Oh, mach doch. Der Flexe, Alter, hier. Ich bin ja mich gerade voll am Betteln. Ich mich auch. Aber ich habe gewonnen. Ich bin ja... Du... Äh, lass mir auch was übrig. Ich habe die vier Stück da in den Ofen, ne? Ich will davon wenigstens auch noch irgendwas abhaben, weil ich habe auch richtig Hunger. Ja, ich... Ja, Alex hat zwei wahrscheinlich genommen, ne? Wie? Ne, nur eine. Ich habe auch nämlich nur noch drei essen. Jetzt wieder, nachdem ich eine gegessen habe. Ah, finde ich nicht okay, ja? Finde ich nicht okay. Jetzt muss ich hier mal vorgehen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt, weil ich sehe hier nichts. Ich werde wahrscheinlich gleich hier irgendwo erschossen von irgendeinem komischen Skelett oder so. Komischen? Ja.